Hallo Holger. Hallo Kinky. Hallo, heute ist Holger dabei. Er wird Zeuge wie Stefan mal wieder Gitarren spielt und Julian wie immer ist. Heute hat es Karos, ich bin so fett geworden. Deswegen darf ich ja im Moment nur deinen Kopf filmen. Das ist ja die Auflage von deinem platten Label. Das ist ja das mit dem Bart wachsen, damit ich es von meinem fetten Gesicht abdenke. Das Problem ist, der Bart hat ja auch noch Volumen. Schnaaart. Übrigens Bauchtanzparty. Okay, einmal verstoße ich gegen die Label Auflagen. Boah, ist der dick geworden. Unglaublich. So, wir sitzen gerade an Circles und Stefan spielt gleich Gesundheit, Gitarre. ... ... Fortspielen. Langweilig. Schön, Laura. Jetzt mal schön an. Du hast einen Kick weglassen, Stefan. Der war vorher auch nicht da. Nee, der war vorher auch nicht da. Warum war der nicht da? Holger, was sagst du denn dazu? Der spielt immer nur ein komisches Ding. Man, 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 man. Der kann nichts anderes. Wie heißt der Song jetzt, Julian? Dieser Song? Was? Circles. Circles. Dankeschön.